Seit den frühen Morgenstunden rollen Landwirte in ganz Deutschland mit ihren Traktoren in Konvois zu den Großstädten, um dort unter anderem für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft zu protestieren. Die größte Demo läuft derzeit in Bonn. Hier sind neben rund 10.000 Menschen auch ca. 1.000 Traktoren am Start. Seit dem Morgen gibt es massive Verkehrsbehinderungen in ganz Bonn. Teilweise steht der Verkehr. Die Kennedy Brücke, alles zu, hier geht gar nichts mehr. Bonn ist dicht, wir haben es endlich geschafft.